so guten morgen zusammen ihr wisst ja neuer tag neuer shop wie ihr seht ich habe selber noch nichts gesehen von heute aber eins ist klar nur noch zwei tage was aber schon nicht mehr ganz stimmt weil am sonntag um 8 uhr ist es schon also morgen sind schon gar keine zwei tage mehr es wäre eigentlich echt geil wenn da so ein timer drin wäre aber wir sind halt natürlich alle gespannt was passiert und ihr seht unten wir haben jetzt die 489 abonnenten ganz ehrlich wer noch nicht abonniert hat bitte jetzt abonnieren dass wir endlich die 500 abonnenten schaffen was so der erste größere meilenstein ist sage ich jetzt mal also wenn du noch nicht abonniert hast lass jetzt gerne dein abo da du siehst ja auch hier der paysafe code bekommt auch schon eine neue zahl sobald wir die 490 abonnenten erreicht haben also wie gesagt gerne helfen ich helfe euch gehen wir jetzt mal rein gehen wir direkt auf den item shop und was gibt's neues also wer sich heute was kaufen will für den wird teuer nur teure skins ich würde sagen wir gehen erst mal was ist neu der mode da muss los jetzt mal quatsch naja so was haben wir denn noch hinten und fangen wir vorne an wie gestern schon bereits vorgestellt das paradigma der skin gefällt mir halt immer noch nicht ich hoffe halt nur das season 11 wirklich nicht so in die weltraum schiene abdriftet weil da hätte ich ehrlich gesagt überhaupt keine lust zu und ihr seht hier oben 6 7 von 10 das ist deshalb es gibt den skin einmal in blau 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 silber sag ich jetzt mal und dann einmal in weiß schwarz so und dazu halt jedes mal das andere gesicht deshalb kommen wir auf insgesamt zehn verschiedene möglichkeiten weil ihr seht 1 2 3 4 5 5 mal zwei varianten sind zehn also man hat in anführungszeichen zehn skins aber im prinzip für mich sehen die irgendwie immer gleich aus also da ist nicht wer achtet aufs gesicht jetzt mal ganz im ernst ihr seht das gesicht ja noch nicht mal ich sage immer wieder ihr müsst euch daran gewöhnen dass ihr der maus lässt das gut zeigen dass sie ins kinder immer nur von hinten seht das heißt das gesicht bringt euch eigentlich rein gar nichts also ihr seht ins kinder immer nur von hinten oder halt im menü ja aber naja so schauen wir direkt mal weiter ja wir lieben den neuen skin ich nicht genau so sieht das dann bei mir aus so was haben wir noch das war es schon mal was das betrifft dann der mech anführer kommt wieder zeit ist schlecht weil der kopf ist natürlich jetzt auch lustig anzeige fehler oder was ist halt eine bunte mischung aus allem würde ich sagen achten gibt es auch mit verschiedenen stilen was haben wir hier einmal so so sieht er schon nicht schlecht aus könnte man sich schön bei john jackson irgendwo hinstellen keiner sieht es fällt sich auf zwischen dem schrott aber ihr seht wir haben halt nur die zwei varianten also den fände ich persönlich bisschen zu bunt der hier geht klar aber muss jeder für sich entscheiden so dann haben wir noch die klingen aber der effekt ist schon leicht der effekt ist wirklich nicht schlecht dann haben wir noch die mescha team tarnung ich sage immer man sieht die waffe immer ungefähr so schlecht ist jetzt nicht aber ich sage ich bin ich kein freund von den ganzen tarnungen also mich jucken die tarnung sowieso nicht so dann haben wir wieder dass die sie paket allseits bekannt das habe ich ja ist immer noch also wenn ich habe wie gesagt ich finde es geil sich einfach da hinstellen der bleibt doch dauerhaft er hat keine ende dann die musik die hat natürlich auch geholt dann haben wir wieder kennt wurden drin die in meinen augen aussieht wie ein dummi cat woman sind du lieb so dann haben wir noch die katzen krallen und der welt kleiter gut hier steht es aber jetzt bett glitter glieder 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 naja so dann haben wir noch vulture drin der skin sieht eigentlich der sieht doch aus wie der den es gab für als playstation account nutzer bla 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 nur mit normalen gesicht aber der sieht nicht schlecht aus finde ich dann haben wir noch kommando drin ich weiß nicht da kann ich auch mit dem standard skin spielen so dann haben wir noch ein lauf team mesh ich bin echt mal gespannt was jetzt noch so kommt dann haben wir team monster schreibt mir in die kommentar für was seid ihr das monster oder den mesh so der einhändige bandit so mehr gibt es eigentlich heute nicht wirklich im shop körper gucken hinten gab es da was neues alles wie gehabt gerade kurz schnell gucken aufgaben voll 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 wir sind fertig es gibt nichts zu tun für uns und wie gesagt lasst mir gerne ein abo da kostet euch jedenfalls nichts ihr kriegt von mir alle aufgaben und in dem sinne würde ich sagen viel spaß mit dem shop gibt nicht zu viel geld aus und haut rein nein